Hallo ihr alle meine Hübschen, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Wir betreten heute mal wieder die Kammer des Schreckens. Aber tatsächlich wird das eins der letzten Male sein, die ihr mein aktuelles Schminkzimmer seht. Denn unser Umzug, Omas Umzug in ihr neues Haus und dementsprechend unsere Umgestaltung hier im Haus wird bald beginnen. Und ja, dementsprechend habe ich jetzt so ein bisschen die Aufgabe, hier nochmal ordentlich auszusortieren. Damit halt wirklich nur die wichtigsten Sachen und die Creme de la Creme an meinen Produkten im neuen Studio ihren Platz finden kann. Und den Aussortierprozess wollte ich heute natürlich wieder mit euch teilen. Die letzten Aussortiervideos sind richtig gut bei euch angekommen. Ihr liebt es einfach, wenn ich random, ausführlich, in-depth über Make-up quatsche. Und ja, falls ihr Bock aufs heutige Video habt, hättet ihr ja wahrscheinlich nicht drauf geklickt. Und dann könnt ihr auch auf jeden Fall jetzt einen Daumen nach oben dalassen. Denn ich habe etwas super Cooles, was ich euch zusätzlich vorher nochmal zeigen möchte. Wo ich jetzt schon weiß, es wird mein neues Studio so ins nächste Level katapultieren, was das Styling und Design angeht. Denn ich durfte mir drei Wandbilder slash Karten von Mappyful aussuchen und designen lassen. Für diejenigen von euch, die Mappyful vielleicht noch nicht kennen, Das hier sind Mappyful Bilder, Schrägstrich Karten. Und ich habe drei Stück und zwar für ganz besondere Orte aus dem Leben von mir und Florian. Als allererstes haben wir hier Manhattan. Und in Manhattan haben Florian und ich 2013 unsere erste Hochzeitsreise gemacht. Irgendwo an der 42. Straße war damals unser Hotel. Ich glaube, hier so müsste das gewesen sein. Und hier ist der Central Park und hier kann man rüber nach Brooklyn gucken. Und was ich super cool bei Mappyful finde, man hat nicht das vorgefertigte Design, sondern kann halt rein und raus zoomen oder sich auch verschiedene Farbvarianten für diese Karte auch aussuchen. Und auch den Text hier personalisieren. Denn ich habe im ersten Moment zum Beispiel New York eingegeben, aber dann war halt komplett New York drauf. Aber wir verbinden halt am meisten mit Manhattan. Deswegen habe ich ran gesoomt an Manhattan, dass man halt wirklich nur hier die Halbinsel sieht. Und statt New York habe ich dann halt hier Manhattan hingeschrieben und NYC, weil ich das schöner fand, wenn das so ein bisschen komprimierter war unten. Und dann hat man auch die Koordinaten und ich liebe dieses Design. Und dann denke ich halt jedes Mal an unsere Hochzeitsreise. Und Silvester waren wir auch da, um Florians 40. Geburtstag zelebrieren zu können. Und ja, das war sehr schön. Dann haben wir hier als nächstes Barcelona. Und falls ihr Florian und mich kennt, wisst ihr, dass Barcelona einfach unser liebstes Urlaubsziel ist. Wir fahren, seitdem wir zusammen sind, 2011, jedes Jahr mindestens einmal zusammen nach Barcelona. Dieses Jahr waren wir noch nicht. Ich war nur einmal alleine, aber das holen wir definitiv noch irgendwann nach. Und wir lieben diese Stadt einfach so sehr. Und was ich beim Barcelona-Design halt hier auch voll schön zum Beispiel finde, ist, dass da das Meer noch so drauf ist. Dadurch ist der Fokus halt so ein bisschen hier. Und ich mag das richtig, richtig gerne. Von unserer Hochzeitsreise zu unserem liebsten Urlaubsort in eine Stadt, in der Florian und ich zusammen gelebt haben. Und zwar waren wir letztes Jahr von September bis Dezember zusammen in London und haben hier irgendwo in Malibon gelebt. Und das war einfach eine super schöne Zeit, aber auch anstrengende Zeit. Denn eine Beziehung wird natürlich in einem neuen Lebensraum nochmal komplett neu auf die Probe gestellt. Auch wenn Florian und ich zu dem Zeitpunkt schon über sieben Jahre zusammen waren, ist das, in eine neue Stadt, in ein neues Land zu ziehen, in ein Auslandssemester zu machen, auf jeden Fall eine Herausforderung, die wir aber mit Bravour gemeistert haben. Und das erinnert mich einfach daran, auch neue Sachen auszuprobieren, über seinen Schatten zu springen. Und dass im Zweifelsfall man mit dem richtigen Partner an der Seite alles schaffen kann. Okay, das klang ein bisschen wie ein Downer für alle Singles. Aber ihr versteht, was ich meine. Was ich zusätzlich noch super schön finde, ist dieser minimalistische Rahmen, wie das Ganze kommt. Denn der hier ist magnetisch und es ist auch super leicht aufzubauen. Ich blende euch hier jetzt mal ein, wie Florian das gemacht hat. Es ist einfach klack, 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 fertig. Und so kann man halt einen Raum super schnell und einfach aufwerten. Einfach einen kleinen Nagel in der Wand und fertig ist. Und das Team von MepiFull war so lieb und hat natürlich auch einen Rabattcode für euch klar gemacht. Mit dem Code JOLINA10 könnt ihr 10% auf eure Bestellung bei MepiFull sparen. Ich habe euch den Link zur Website in die Infobox gesetzt. Checkt das sehr, sehr gerne mal aus. Und mich würde mal interessieren, welches Städte oder Orte sind, die für euch eine besondere Bedeutung haben. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Und ja, dann freue ich mich da durchzulesen. Und vielleicht auch einen kleinen Teil eurer Geschichte, die ihr mit dem Ort verbindet. Falls ihr das mit uns teilen möchtet, fände ich das super schön und ich bin super gespannt zu lesen, was ihr dazu schreiben habt. Ich hatte euch heute Morgen auf Twitter gefragt, welche Kategorie Make-up wir heute zusammen aussortieren sollen. Und falls ihr es verpasst habt, ich kann euch wirklich nur ins Herz legen, mir auf Twitter zu folgen. Denn dort könnt ihr echt oft abstimmen. Und ich bin ziemlich shady. Also ich habe eine ziemlich große Klappe auf Twitter. We love it. Ja, und ihr habt abgestimmt für Paletten. Und Paletten ist, glaube ich, für mich echt mit der schwerste auszusortieren. Denn bis Lidschatten wirklich schlecht werden, vergeht halt ewige Zeit, wenn man sie richtig lagert. Und an so vielen Paletten hängen einfach so viele Erinnerungen. Aber das Problem ist einfach, im Laufe der Zeit haben sich so viele Paletten angesammelt. Ich habe tatsächlich nämlich nicht mehr eine Schublade, sondern schon zwei. Weil die eine nicht mehr gepasst hat. Und das ist einfach mittlerweile ein Problem. Kommen wir hier zur Schublade Nummer 1. Da haben wir unter anderem Lethal Cosmetics, We Love, Anastasia Beverly Hills, Make-up Revolution, Kim Kardashian, Kylie Jenner, Kat Von D, We have Decay, Juvia's Place, BH Cosmetics, Jacqueline Hill, Becca, Marc Jacobs, Natasha Denona. Und nebenan sind noch ein paar große, zum Beispiel von Morphe oder Beauty Bay. Und Jacqueline Hill haben wir hier noch die Vault Collection. Ja, also im Prinzip sind schon zweieinhalb Schubladen, um ehrlich zu sein. Das eigentliche Problemkind ist aber hier. Das war die ursprüngliche Schublade. Hier haben wir noch mehr. Natasha Denona, Colourpop, 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 Lime Crime, Beauty Bakery, Joy, Viseart, noch mehr Urban Decay, Huda Beauty, Marvin und BH, Hati und Love. Ich glaube, das ist MAC. MAC, Too Faced, Too Faced, Tarte, Melt. Äh, ja, wie ihr seht, ist das Ganze ein bisschen außer Kontrolle geraten. Und wo ich die Lidschattenpaletten jetzt sehe, ähm, ja, altbekanntes Problem. So viele Erinnerungen und irgendwie kann ich mich schlecht davon trennen. Oh, no. Oh, das war super elegant. Mein Problem von der Herangehensweise ist nämlich, sonst habe ich mich beim Make-up-Aussortieren immer gefragt, wann habe ich es das letzte Mal benutzt, wenn es irgendwie länger als zwei Jahre her ist. Kann es ja eigentlich nicht so wichtig sein. Oder werde ich es nochmal benutzen? Also weiß ich einfach, dass ich vielleicht mittlerweile bessere Sachen habe, die farblich ähnlich sind. Und das ist aber zum Beispiel voll schwer, weil gerade bei Lidschatten, wenn ich zum Beispiel hier, meine Too Faced Paletten, da hängen einfach so viele Erinnerungen dran. Und ich weiß, dass ich die hier, die Semi-Sweet-Chocolate-Bar, wahrscheinlich nicht mehr benutzen werde. Aber irgendwie kann ich mich da auch nicht trennen, weil es hängt einfach so viele Erinnerungen dran. Ist halt was anderes, als bei einer abgelaufenen Foundation, die sich schon voll abgesetzt hat und so. Die wegzuhauen, ist halt nicht das Problem. Aber bei einer Lidschattenpalette... Oh, scheiße. Irgendwie steht ihr zu hoch. Irgendwie steht ihr zu tief. Oh, geil. Früher haben alle ihre Videos so gefilmt, damit sie bloß kein Doppelkinn haben. Nie. Nur nochmal kurz vorab, bevor wir jetzt mit dem Aussortieren starten. Nur weil ich eine Palette aussortiere. Heißt das natürlich nicht, dass die komplette Brand scheiße ist und Cancelled und Thank You Next. Und heißt natürlich auch nicht, dass wenn ihr die Palette habt und ihr die super findet, dass ihr euch schlecht fühlen müsstet. Also sowas hatte ich letztes Mal bei den Foundations. Als ich irgendwas aussortiert habe und jemand meinte, Oh, Jelena, das ist meine Lieblings-Foundation, jetzt mag ich sie nicht mehr benutzen. No. Wenn du etwas magst, super. Aber vielleicht... Oh ja, immer dieses Aussortier-Drama. Okay, let's go. Okay, legen wir erstmal einen guten Start hin, damit ich mich gut fühle und erstmal schon ein kleines Erfolgserlebnis habe. Also, ich mag Colourpop. Ich liege hier so richtig nicht gemut. Also, ich mag Colourpop-Lidschatten gerne. Aber hänge ich hier emotional dran? Nö. Und habe ich wahrscheinlich ähnliche, die gut sind? Ja. Das hier wären aber für mich Paletten. Und jetzt kommen wir an den Knackpunkt. Wenn ich zum Beispiel reise, würde ich sowas hier wie die Dreamstreet-Palette von Colourpop und Kathleen Lights mitnehmen. Weil damit habe ich basically alles, was ich brauche für irgendeinen Look. Und wenn es mir kaputt geht im Koffer, ist es mir scheißegal. Ja, wenn ich jetzt aber so anfange, schmeiße ich gar keine weg, Frau Mennen. Uh, ich habe eine Idee. Ich bin ein Re... Wow, Trash. Pff. Okay. Oh, ich bin so dumm. Ich wollte einen lustigen Witz machen. Oh, er war jetzt vielleicht nicht so lustig. Oh, nö. Jetzt weiß ich nicht mehr, welche Farbe welche war. Ah, die sind magnetisch. Uh, love my life. Okay, jetzt will es wahrscheinlich keiner mehr. Aber ich habe gerade überlegt, bei solchen Sachen. Ich mag es ja voll gerne, andere, kleinere Influencer zu unterstützen und denen vielleicht irgendwie die Sachen zu geben, die ihnen zu ihrem Handwerk fehlen. Und falls ihr so Instagram oder so oder Twitter dort Make-up-Looks gerne schminkt, dann schreibt mir das gerne mal euren Namen in die Kommentare. Und dann schicke ich euch ein paar der Paletten, die sind halt zum Teil benutzt, das müsst ihr wissen. Aber wenn euch das nicht stört, ich finde das bei Lidschatten halt persönlich nicht so schlimm. Wenn euch das nicht stört und ihr denkt, geil, mit neuen Lidschatten kann ich neue Looks machen und vielleicht noch mehr Reichweite oder so im Jahr aufbauen und es euch nur, sag ich mal, an den Produkten fehlt und ich euch damit helfen kann, let me know. Schreibt mir das gerne auch in die Kommentare. Oder wenn ihr Influencer kennt, sagt denen gerne Bescheid. Die sollen mir gerne schreiben und ja. Okay, also Dreamstreet sortiere ich aus. Die hier mag ich super gerne von Obsession. Die habe ich in London gekauft und ich mag auch Belle Jordan, die YouTuberin, die das Ganze hier rausgebracht hat, sehr gerne. Aber ich habe da jetzt keine große emotionale Verbindung zu. Sie ist zwar sehr, sehr schön, aber ich kann überleben auch ohne sie. Crazy, ich bin voll gut. Als nächstes haben wir hier ein, viele Leute haben behauptet, das ist ein Dupe zur Natasha Denona Sunset Palette. Ja, ist komplett neu. Also sortiere ich auch aus. Dann haben wir hier die Perception Palette von Shayla und Colourpop. Ich habe die in meinem Video zu Colourpop benutzt und ich habe auch gesagt, ich mag Shayla nicht, weil sie mir einfach hardcore unsympathisch ist. Das ist eine andere YouTuberin aus den USA. Einfach nicht mein Jam. Und ja, war aber trotzdem so ehrlich und habe zugegeben, dass ich die Lidschatten an sich sehr, sehr gut finde. Und hier sind halt echt schöne Töne drin. Aber auch hiermit mache ich, glaube ich, in einem anderen eine Freude, weil ich werde sie wahrscheinlich nicht mehr benutzen. Wow, meine Kamera ist überhitzt. Entschuldigt bitte die kleine Unterbrechung, beziehungsweise für euch war ja gar keine Unterbrechung. Kommen wir als nächstes hier zu meinen Natasha Denona Paletten. Und auch wenn das keine Paletten sind, die ich täglich benutze, werde ich die definitiv behalten. Weil die sind einfach so schön. Ich liebe diese Paletten. Ich habe... Ich glaube, ich habe alle. Ne, ein oder zwei der neueren Launches fehlen mir. Aber ja, das einfach, weil ich dann gedacht habe, ich habe eh so viel. Und wenn ich sie eh nicht so oft benutze, weil sie so teuer sind, dann macht es immer nicht so wirklich Spaß, es zu empfehlen. Weil, wenn ich es teste und es ist super schön und dann aber so teuer, dann ist es zwischendurch so deprimierend irgendwie. Ja. Ich möchte euch halt zwischendurch zeigen, die halt irgendwo noch im Rahmen sind. Und die Paletten hier kosten halt über 100 Euro. Und ich weiß einfach, dass die wenigsten von euch niemals 100 Euro für eine Lidschattenpalette ausgeben würden. Und deswegen weiß ich halt auch nicht, ob da immer noch so das Interesse für Reviews oder so besteht. Ich selber hätte da Lust zu, aber da muss man immer so ein bisschen abwägen. Ja. Mal gucken. Aber die behalte ich auf jeden Fall alle. Hier haben wir zum Beispiel noch die Star-Palette von Natasha Denona. Und drei von den etwas kleineren. Ah, hier. Das ist das theoretische Dupe. Also, ne. Das ist das Original. Und das ist mehr oder weniger hier das Dupe dazu. Voll gut. Qualitativ wird es definitiv einen Unterschied geben, auch wenn ich die von Colorpop noch nicht getestet habe. Aber ich meine deshalb, also die Natasha Denona Paletten sind einfach Next Level. Dann haben wir hier noch die Lila Palette. Die finde ich auch sehr, sehr schön. Und das ist die Tropic Palette, glaube ich. Ja, genau. Das ist die hier. Wunderschön. Dann haben wir hier als nächstes von Beauty Bakery die Neapolitan Ice Cream. Das ist eine super schöne Neutral Palette. Würde ich jetzt aber wahrscheinlich auch nicht mehr so oft nachgreifen. Die darf auch weg. Ah, ich bin voll gut. Voll productive. I love it. Dann haben wir hier von Lime Crime eine Palette, wo ich gerade sehe, die habe ich noch nie benutzt. Ähm. Nicht mehr aktuell, nicht mehr gehypt. Ähm. Wahrscheinlich kein Interesse für eine Review. Deswegen gebe ich auch die weg. Dann kommen wir zu Jouer. Und ich liebe Jouer. Ich habe eine Zeit lang so viel von denen einfach vorgestellt. Und das hier sind zwei Paletten davon. Ich muss aber sagen, auch da die Wahrscheinlichkeit, dass ich die nochmal teste oder nochmal benutze, relativ gering. Auch wenn die hier echt schön ist. Also gerade die mit den Schimmertönen. Aber das ist halt eher so eine Zusatzpalette. So hier mit alleine kann man halt keinen Look schminken. Weil die sind halt alle Schimmer und Metall. So da mit alleine kann man halt schlecht was machen. Deswegen das ist eher so zusätzlich. Oh. Ne, ich glaube auch die können weg. Hatti, du bleibst definitiv nicht so runterfallen. Marvin bleibt definitiv auch. Da kommt ja bald die neue. Oh mein Gott, wenn ihr dieses Video schaut, bin ich jetzt gerade in Berlin auf seinem Launch-Event. Dementsprechend schaut alle meine Instagram-Story, wenn ihr live dabei sein wollt. Und ja. Dann haben wir hier von Urban Decay die erste Palette. Und zwar ist es die Electric Palette. Das war eine der allerersten Lidscheiden-Paletten, die ich mir mal gekauft habe. Beziehungsweise relativ am Anfang. Und ich liebe die. Die ist echt schon alt. Aber hier hängen voll viele Erinnerungen drin. Und das ist so das erste Ding, wo ich sage, nee, auch wenn das echt alt ist, behalte ich das. Dann haben wir von Urban Decay die Kristen Leigh-Anne Collection. Die ist super, super schön. Und hierzu habe ich auch ein ausführliches Video zur kompletten Kollektion gemacht. Die hat mir richtig, richtig gut gefallen. Aber weil das halt so ein limitiertes Piece ist und die es halt auch jetzt gar nicht mehr gibt, wenn ich richtig informiert bin, ist es halt für mich immer schwierig, das noch in Videos zu benutzen. Einfach, weil man es im Zweifelsfall für euch nicht nachkaufen kann. Und dann finde ich es immer schade, wenn ich euch mit sowas anfixe. Und dann kommt ihr da gar nicht mehr ran. Und hiermit kann man richtig coole, kreative Looks schminken. Und ich hoffe da einfach, dass sich hier vielleicht jemand anderes noch drüber freut. Dann kommen wir zur Huda Beauty Remastered Palette. Auch hier habe ich ein eigenständiges Video zugemacht. Und die... Nee, ich habe sie nicht gegen die alte angetestet. Oder habe ich sie... Doch. Nee. Weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich auch die hier getestet. Die war gut, aber... Ja. Huda Beauty bringt so oft neue Sachen raus. Da kommt man zwischendurch gar nicht hinterher. Ich glaube, auch hier drüber wird sich jemand anderes mehr freuen als ich. Boah, ich bin da so gut. Ich war einfach so, ja okay, ich kann mich gar nicht trennen. Und jetzt auf einmal Thank You Next. Thank You Next. Hier haben wir noch eine Mini-Palette für On The Go. Auch von der Kristen Leanne Collection. Auch super gut. Die Urban Decay-Lidschatten sind echt einer meiner Favorites. Aber auch hier. Ich glaube, das wird eher jemand in seine Handtasche schmeißen. So Girl On The Go. Nicht so extra wie ich. Und ja. Hiermit freut sich euch mein Angross. Crazy, wie gut ich aussortiere. Naked Heat. Selbes Thema. Ich muss sagen, ich finde es wichtig, dass eine Palette eine gute Größe hat. Und gut für unterwegs mitzunehmen ist. Und auch stabil und praktisch. Aber wenn ich nur sechs Töne habe, dann ist das für meine Looks meistens zu wenig. Oder beziehungsweise halt immer das Gleiche. Also weil wie viele Looks? Ein paar würden mir schon einfallen. Aber nee, ich sehe hier halt so eine richtige Mudder mit. Ja. Die vielleicht noch nicht so viel into Make-up ist. Oder halt so Soft Lamp. Und dann ist sie mit ihren Freundinnen beim Kaffee trinken. Lästert über die Kinder ab. Ja. 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 Kommen wir zur Urban Decay Ultimate Basics Palette. Die ist super, super schön. Aber wie viele Basic Paletten braucht man? Haben ist besser als brauchen. Ihr kennt da meine Philosophie zu. Aber im Laufe der Zeit, es kommt so viel Neues raus. Und ich denke mir halt einfach, durch meinen Job hier, das ich Make-up auf YouTube review, teste ich halt auch immer neue Sachen. Und dementsprechend glaube ich halt einfach, jemand, der nicht so darauf angewiesen ist, auch immer neue Sachen zu testen, kann hier mit mehr anfangen als ich. Oh, die ist richtig, richtig schön. Huda Beauty, eine von diesen Neunern. Das ist die Morph Obsessions. Die mag ich richtig gerne. Ich weiß nicht, ob ich sie nochmal benutze, aber die behalte ich. Oh, die kann hier in meine gute Schublade. Ähm, mit Make-up, was ich lange nicht mehr benutzt habe, ob ich es immer noch gut finde. So, zweite Chance. Gute Idee. Gute Idee. Dann haben wir hier eine Lidschattenpalette von Nars. Und ich liebe Nars. Oh mein Gott, Nars ist mit einer meiner Favorite Make-up Brands. Und das hier sind die Töne. Das hier ist so wirklich Neutral Lidschatten Heaven. Diese Lidschatten haben einfach so eine gute Qualität. Das ist praktisch. Das ist auch noch eine gute Größe. Die ist halt noch ein bisschen kleiner und kompakter als hier zum Beispiel die von Urban Decay. Und ich glaube, die möchte ich auch nochmal erstmal behalten. Oh, ich sehe gerade, ich habe hier noch so einen Sticker drauf. Ups. Kommen wir zur Tartex Graveyard Girl Collection. Und das hier ist auch Neutral Lidschattenpalette. Und ich bin so ein Opfer. Und ich glaube, ich habe schon mal hier drüber geredet. Und habe damals gesagt, die behalte ich allein für diesen Highlighterton. Weil das ist echt mit einer der schönsten Highlighter, die ich in meiner Kollektion habe. Oh, die ist echt geil. Und hier hängt voll viele Erinnerungen dran. Hm. Okay, ich glaube, die behalte ich auch noch. Ich bin aktuell immer noch, habe aktuell, habe ich immer noch mehr aussortiert, als ich behalte. Kommen wir jetzt zu den Melt Lidschatten Stacks. Und da habe ich auch schon öfters drüber geredet, hier auf meinem Kanal. Und das sind im Prinzip vier oder fünf einzelne Lidschatten immer. Und die sind so magnetisch und kann man so übereinander machen. Und no joke, mit die besten Lidschatten in meiner Kollektion. Problem an der Tatsache ist, der Preis für vier Lidschatten, die liegen meistens so um 40 Euro. Das ist halt schon teuer. Aber die Quali ist halt echt richtig, richtig gut. Die sind so pigmentiert, so creamy, lassen sich so gut ausblenden. Ich muss aber auch sagen, die Art und Weise, dass die halt hier so übereinander sind, ist nicht wirklich praktisch. Weil in der Palette sind die Lidschatten immer noch besser geschützt, als hier nur so magnetisch. Es kann halt in einer Make-up-Bag einfach passieren, dass die hier so hin und her rutschen und dann kaputt gehen. Aber ich liebe die. Da hängt halt vorher mein Herz dran, wenn ich mich einfach persönlich so privat schminke und halt nichts filme und nichts mache. Sondern mich halt einfach fix fertig mache. Dann benutze ich die halt voll gerne und die bleiben. Also alle. Ja. Das ist wahrscheinlich sinnlos, aber doch. Doch. Doch, die möchte ich behalten. And that's it. Melt und Nass sind auch beides so Marken, wo ich mir wünschen würde, dass die mich mal beachten. So, hallo Jolina, Fotos liken oder so. Ja gut, dann sollte ich vielleicht die Sachen auch mal für Fotos benutzen. Ich möchte halt einfach gerne beachtet werden. Dann haben wir hier noch eine Lidschattenpalette von Elf. Einfach schnell das Thema wechseln, wenn es unangenehm wird. Sehr sympathisch. Diese Lidschattenpalette von Elf ist auch sehr neutral, sehr basic, alles matte Töne. Ja, auch eher was, glaube ich, für Make-up-Anfänger würde ich so wahrscheinlich auch nicht so oft nachgreifen. Heißt nicht, dass die Sachen schlecht sind, wie ich zu Beginn gesagt habe. Aber das ist einfach nichts, wo ich sage, das brauche ich. Kommen wir zu Love. Und ich mag die Love Lidschatten so unglaublich gerne. Meiner Meinung nach mit Essence und Catrice die besten aus der Drogerie. Also Love, Essence, Catrice gehört ja auch alles zu Cosnova, zum Mutterkonzern. Die sind einfach richtig, richtig gut. Und die behalte ich gerne nochmal für eventuell Drogerie-Videos oder so Vergleichs-Videos. Ja, doch, die bleiben. Oh, ich liebe diese Palette. Oh mein Gott, da hängt so viel Erinnerung drin. Das ist die NYX Full Throttle. Oder? Ja, Full Throttle Palette. Take Over Control. Und das weiß ich noch. Als ich so angefangen habe, auf YouTube langsamer, sicher zu wachsen und immer so Make-up-Reviews gemacht habe, habe ich die hier öfters benutzt und ich weiß es noch so sehr. Ich glaube, die gibt es gar nicht mehr, oder? Aber, oh, die muss ich auch nochmal benutzen. So, früher versus heute. Auch eine gute Video-Idee, als ob das noch niemand auf YouTube gemacht hätte. Aber ich habe es, glaube ich, noch nie gemacht. Dann haben wir hier von Maybelline und Gigi Hadid eine Lidschattenpalette. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich die fand, aber das Video ist richtig gut bei euch angekommen. Ich glaube, das hat über 200.000 Klicks bekommen. Also, danke für den Support bei dem Video. Das war der Wahnsinn. Und, äh, ja, die darf aber auch weg. Hat ihren Zweck erfüllt. Noch eine NYX Full Throttle. Oh, das ist grün. Ich habe früher immer gesagt, weil ich grüne Augen habe, sind grüne Lidschatten der Shit. Äh, tatsächlich war auch der erste Lidschatten, den ich mir bei MAC damals gekauft habe. Die Farbe Swimming. Auch ein grüner, schimmernder Metallikton. Everything. Dann haben wir hier noch eine Palette von Smashbox. Die Smashbox Covershot Paletten. Die gibt es ja in ganz vielen Farbkombinationen. Sind echt gut. Aber auch hier sind mir zu wenig Töne drin. Ich persönlich brauche mindestens so 10, 12. 10 ist echt schon Untergrenze. Ähm. Sonst habe ich nicht genügend Vari... Lidschatten... Möglichkeiten? Ja. Hier sind halt nur 8 Lidschatten drin und die ist neu. Deswegen weiß ich, hier wird sich jemand anderes drüber freuen. Dann habe ich hier 3 Lidschattenpaletten von MAC. Und ich habe mir gesagt, ich muss die MAC Lidschattenpaletten wieder öfter benutzen. Allgemein MAC. Ich benutze viel zu wenig MAC in meinen Videos. Und das nicht, weil MAC schlecht ist. Sondern einfach, als ich früher für MAC gearbeitet habe und dann angefangen habe, YouTube-Videos zu machen, war ich so interessiert, auch mal andere Brands auszuprobieren. Und nicht immer nur das, was ich jeden Tag von der Arbeit kannte. Dass ich halt irgendwie gesagt habe, ne, jetzt probiere ich jetzt mal andere Sachen aus. Und irgendwie ist es da im Laufe der Zeit verloren gegangen. Und ich muss definitiv wieder mehr MAC-Videos drehen. Weil, ja. MAC war für mich halt einfach der Start für das Ganze. So, ohne MAC wäre ich heute nicht da, wo ich jetzt bin. Und das ist einfach Facts. Dann haben wir hier eine Palette von Nabla. Unglaublich gut. Die habe ich von meiner Freundin Kati geschenkt bekommen. Ich glaube, das war zu Weihnachten. Nicht jetzt das Vergangene, sondern das davor. Und das ist so eine schöne Palette. Das ist auch relativ neutral. Aber das ist eine neutral Palette, die werde ich behalten. Ja. Die Dreamy Palette ist super schön. Dann haben wir hier Paletten von Too Faced. Und da kommen jetzt tatsächlich mehrere. Sieben Stück habe ich insgesamt. Und einmal die White Peach. Einmal die Just Peachy. Ich liebe Peach. Also Peach ist fast für mich schon ein Wort wie gut. Dass ich nicht sage, oh voll gut, sondern oh voll peachy. Passiert mir unterbewusst voll oft. Meine Hochzeit war doch tatsächlich ein Peachy-Farbthema. Just kleiner Spoiler. Vor allem meine Hochzeit. Unsere Hochzeit. Na gut. Das hier sind die Farben. Ich muss sagen, ich mag Too Faced extrem gerne. Ich habe eine Zeit lang mit Too Faced auch mehr gemacht. So war auf Events eingeladen. War mit denen in Paris und so. Und jetzt höchern die gar nichts mehr. So. Ich weiß nicht, was ich gemacht habe. Aber auf einmal bin ich anscheinend irrelevant für die geworden. Schön. Nichtsdestotrotz mag ich die Paletten gerne. Und Too Faced ist halt einfach, was Lidscheiten angeht, ähnlich wie Urban Decay, waren das so mit die ersten, die ich mir damals gekauft habe. Ich weiß noch, die Urban Decay Naked Base, nee, Naked Palette, die Naked 2, Naked 3. Und dann kam die Smoky und dann kam die Heat und dann kam die Cherry und Love It. Also Urban Decay war echt mein Start. Und damals halt auch von Too Faced die Chocolate Bar Palette. Ich kann euch mal zeigen, wie Busted die aussieht, weil ich die halt so oft benutzt habe. Also im Vergleich zu meinen anderen Paletten ist die hier echt des Todes benutzt. Und hier der Ton. Auf jeden Fall dieser Champagner-Ton war alles für mich. Und den habe ich jeden Tag getragen. Jeden Tag mit Zeit. Und hier hängt einfach Liebe und Emotionen dran. Und die Too Faced Paletten dürfen bleiben. Auch wenn ich anscheinend für Too Faced gecancelt bin. Too Faced ist nicht für mich gecancelt. Es ist eine einseitige Relationship. Don't judge me. Wo ich jetzt drüber rede, folgt Too Faced mir noch auf Instagram. Ja, tun sie. Warum ignorieren sie mich dann? Cool, aber richtig gut. Voll productive. Machen wir weiter mit der zweiten Schublade. Oh, voll der gute Winkel. Was ist mit dem Tageslicht? Ein bisschen Hintergrundbeleuchtung. Und unser schönes rotes Klo. We love it. Hier wird es jetzt tatsächlich schwerer, weil das Paletten sind, die ich auch oft und regelmäßig eigentlich benutze. Okay, fangen wir an. Die von Dior ist ganz, ganz neu. Die habe ich erst diese letzte Woche, letzte Woche, wenn ihr das seht, zugeschickt bekommen. Die habe ich noch nicht mal benutzt. Die bleibt halt definitiv. Liesel Cosmetics bleibt auch definitiv alles. Zu Liesel Cosmetics habe ich jetzt gerade letzten Donnerstag eine Review zur neuen Kollektion hochgeladen. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, checkt es gerne mal im Full Face Rest Impressions aus. Dann habe ich hier eine Palette, die gehört hier eigentlich gar nicht rein, weil es eine Highlighter-Palette ist. Oh, kommen wir hier zur Becker-Palette. Ich mag Becker-Highlighter, ich mag Becker-Foundation, ich mag Becker-Primer. Aber diese Palette ist für mich nicht so sinnvoll. Vor über einem Jahr habe ich eine Full Face Only Using Becker gedreht. Und ich glaube, mir hat die gefallen. Problem für mich ist aber jetzt an der Tatsache, dass es halt nur sieben Lidschatten sind, dafür eine sehr große Verpackung und von sieben nur zwei matte Töne. Ein heller, hier für vielleicht unter der Augenbraue oder so und ein dunkelbrauner. Aber die beiden irgendwie übereinander zu blenden und dann irgendwas mit der Lidfalte und so hinzubekommen, ist halt voll schwer. Und nur Schimmer oder so zusätzlich Schimmer in die Lidfalte. Die Töne sind auch sehr speziell, auch wenn es irgendwo mein Herz bricht. Aber realistisch betrachtet ist es nichts, wo ich jetzt sagen würde, ah, heute benutze ich mal von Becker die Ocean Jewels Palette. Heißt sogar so. Seht ihr? Aber nee. Nicht, weil sie schlecht ist, aber einfach, weil sie für mich nichts ist, wo ich aktiv nachgreifen würde. Dann kommen wir zu meinen Natascha Denona Mini Paletten. Und ich weiß, ich habe die ganze Zeit gesagt, ich brauche mindestens so zehn Lidschatten in einer Palette. Und ja, ich mag die großen auch lieber. Aber, aber kein Argument. Kommen wir hier zu Marc Jacobs. Und die ist sehr, sehr, sehr schön von den Farben her. Ich habe die benutzt, als ich meinen Schwager geschminkt habe. Und da hat die irgendwie nicht so gut funktioniert. Und da habe ich, seitdem habe ich sie nicht mehr wieder probiert. Aber die muss ich nochmal bei mir selber probieren. Weil vielleicht war seine Haut auch einfach nicht die beste Grundlage. Dementsprechend sortiere ich die hier noch nicht aus. Kommen wir zu Miss Anastasia Beverly Hills. Und ich liebe ihre Paletten. Ich sammle die und werde hiervon auch keine aussortieren. Wir haben hier als erstes, gehen wir mal einen Schnelldurchlauf durch. Die Modern Renaissance Palette. Oh, sehr, sehr schön. Oh ja, raste aus. Die ist so ein richtiges Make-up Must-Have. Die haben so viel in ihrer Kollektion und das zu gutem Grund. Dann wäre das, wo das Drama losging. Die Subculture Palette. Hier ist ja so ein bisschen was schief gelaufen. Aber auch die gehört zu meiner Sammlung. Auch die, wenn man damit arbeitet, kann man, also sich Mühe gibt. Man kann nicht so einfach damit arbeiten, aber man kann damit gut arbeiten. Und die gehört zur Collection, die bleibt. Dann haben wir die Prism Palette. Da weiß ich gar nicht, ob ich hier mit einem Video gedreht habe. Oder habe ich die nur so für mich probiert? Ich bin mir tatsächlich nicht mehr sicher. Ihr wisst es wahrscheinlich besser als ich, aber auch die bleibt. Dann haben wir hier die Soft Llam. Und ich persönlich muss sagen, ich mag die Soft Llam noch lieber als die Modern Renaissance. Das ist so eine gute Neutral Palette. Das ist wirklich für mich der absolute Shit. I love it. Und dann haben wir noch die Norvina Palette. Die ist mir leider runtergefallen. Und der schönste Ton Summer ist kaputt. Aber ja. Ja. Auch die gehört zur Kollektion. Auch die darf bleiben. Und die Sultry Palette. Habe ich die getestet? Habe ich dazu ein Video gemacht? Doch, ich glaube schon. Falls nicht, schreibt mir das nochmal. Oder ich gucke auch nochmal nach. Wenn nicht, dann mache ich die nochmal nachträglich in einem Video dazu. Dann haben wir hier von Revolution die Soft X Palette. Und die war gut. Damit habe ich, glaube ich, so einen grünen Look geschminkt. Behalte ich auch nochmal als Vergleichswert für Drogerie. Dann haben wir hier meine zwei Paletten von KKW Beauty. Einmal, das ist die Essentials Palette. Ja. Auch Neutral. Wie viele Neutral Paletten behalte ich denn jetzt doch? Ja, aber die darf bleiben. Und dann die allererste mit Mario zusammen. Die ist einfach super, super schön. Die funktioniert auch richtig gut. Und da hängen voll viele Erinnerungen dran. Die habe ich auch echt, wie ihr seht, ordentlich benutzt. Ein bisschen zerstört schon fast. Aber ja, die darf auch bleiben. Dann haben wir hier Kylie. Und zwar ist es die Pressed Eyeshadow Palette. Ja, aber hä, wie ist der Name? Hä, bin ich blöd? Steht nicht drauf. Ist es die Peach? Kann sein. Jetzt habe ich auch ein Video gedreht. Und ja, die darf bleiben. Aber scheiße, ich wusste, dass diese Schublade schlechter wird. Dann haben wir hier von Kat Von D die Anniversary Palette. Als ich meinen Full Face Only Using Kat Von D im Garten bei mir gedreht habe, habe ich die Palette hier benutzt. Und die hat gut funktioniert. Und man hat hier auch eine große Farbauswahl. Aber es kommt gleich noch so ein anderes Rainbow Paletten Ding. Und ich glaube, im direkten Vergleich finde ich es dann praktischer, eine zu haben, wo alles drin ist, als eine, wo so fast alles drin ist. Bei der Beauty Bay Palette ist halt hier nämlich einfach im direkten Vergleich. So klar, die hier könnte man auch mitnehmen. Die hier halt safe nicht. Aber let's be real. Wenn ich unterwegs bin, mache ich eh meistens nicht so bunte Sachen. Sachen, sondern halt eher so meinen klassischen Signature Look. Oder baue halt mal so ein Pop-Up Farbe ein. Und das ist halt eher für kreative Looks, die ich halt mache, wenn ich zu Hause bin. Wenn ich die Wahl habe, dann würde ich eher die hier behalten. Auch wenn die Qualität von der echt gut ist. Dann haben wir hier Colored Rain. Unglaublich schöne Palette. Super, super gute Lidschatten. Das ist die Queen of Hearts Palette. Die mag ich extrem gerne. Die darf bleiben. Und dann haben wir von P. Louise die Palette. Von P. Louise benutze ich ja immer den Lidschatten Primer. Sehr, sehr gut. Aber die hier darf weg. Weil da schlägt mein Herz nicht für. Ich hatte jetzt schon so viele ähnliche Töne in anderen Paletten. Und hiermit kann ich, glaube ich, einem anstrebenden Make-Up Artist sehr viel Freude bereiten. Hoffentlich. Dann haben wir hier von Kat Von D. noch die Shade & Light Eye Palette. Sehr neutrale Töne. Kann ich mir auch gut vorstellen für jemanden, der vielleicht Hochzeiten oder so schminkt und da einfach Basic-Töne braucht. Wo man dann nur ein bisschen Schimmer oder Glitter auf dem Lied noch Akzente zusätzlich setzen kann. Aber das hier ist wirklich so eine Palette für jemanden, der Artistry, also Artistry im Sinne von kundenneutral schminken muss. Und da halt mit verschiedenen tiefen Variationen was braucht. Doch ich glaube, da wird sich auch jemand anderes mehr drüber freuen als ich. Kommen wir hier zum Mrs. Bella Palette. Und zwar ist es die erste. Und ich muss ehrlich zugeben, falls ihr mein Video dazu gesehen habt, wisst ihr es. Da war ich nicht der größte Fan von. Aber einfach, nicht weil die Töne schlecht sind, aber einfach, weil ich nicht die Möglichkeit habe, dunkler zu gehen. Der dunkelste Ton in der Palette ist Sally. Und das ist für mich ein mittleres Braun. Ich brauche halt irgendwas, was noch... So zwei Töne hätten einfach ein bisschen tiefer sein können. Meiner Meinung nach. Die zweite, die Darkside Palette. Wo ist sie? Hier. Ist mein absoluter Jam. Am liebsten würde ich einfach sagen, das ist ab sofort jetzt die Jolina Palette. Sorry, Bella. Ich liebe diese Palette. Das ist mein absoluter Shit. Und hier würde ich sofort meinen Namen drauf setzen. Und das nicht, weil ich ihn einfach irgendwo draufklatsche. Aber einfach, weil diese Palette halt wirklich so gut ist. Ich liebe die. Aber einfach, weil für mich an diesen YouTuber-Maker-Produkten, wo Kollegen von mir wirklich ihre Herzblüten und ihre Arbeit und ihre Mühe und alles reingesteckt haben, das hat für mich einfach eine größere Bedeutung. Und das möchte ich einfach für mich als Sammlerstück in meiner Kollektion behalten. Wohingegen so was, das ist für mich eine Brand. Wenn es aber mit einem YouTuber in Zusammenarbeit ist, steckt für mich auch da ein Teil der Person hinter. Und deswegen behalte ich die auch. Machen wir weiter mit ein paar Urban Decay Paletten. Und zwar habe ich die Naked Heat Palette. Unglaublich schön. Ist auch für mich so ein Sammlerstück. Werde ich auch definitiv behalten. Auch wenn ich sie nicht so oft benutze. Wenn ich sie benutze, weiß ich halt, ich kann mich drauf verlassen. Die ist super. Aber genau so bei der Naked Cherry. Das war auch ein super schönes Event. Zu beiden Urban Decay gibt es sich da immer richtig, richtig Mühe. Und da habe ich mich sehr gefreut, einen Teil von sein zu dürfen. Dankeschön. Und ja, auch die Naked Cherry werde ich definitiv behalten. Und I Love It. Die ist richtig gut. Von Urban Decay die neue Naked Reloaded Palette. Ich war am Anfang ein bisschen sad, als die erste ursprüngliche rausgegangen ist. Aber als ich jetzt die überarbeitete Version gesehen habe, alles richtig gemacht, meiner Meinung nach. Und was mich super gefreut hat, ist, dass die ein bisschen schmaler, ein bisschen flacher, ein bisschen kompakter ist. Und endlich dieser unnötige Pinsel weg ist. Weil sorry, da war ich nie mit einem Freund von. Die können immer... Thank you, next. Wenn in Zukunft alle Paletten von Urban Decay so sind, sign me up. I love it. Aber eine Palette von Urban Decay, die leider gehen darf, ist die Backtalk Palette. Die ist super, super schön. Aber soweit ich informiert bin, gibt es die auch gar nicht mehr. Wie komme ich darauf? Ich meine, die nirgendwo mehr gesehen zu haben. Und das sind halt eher so soft Berrytones. Und das ist für mich so ein Mittelding. Also das, was... Wenn ich halt die anderen drei habe, dann brauche ich, glaube ich, die nicht. Und ich muss ehrlich auch sein, am Anfang fand ich es cool. Mittlerweile ist es, glaube ich, eher ein Störfaktor mit diesem herausnehmbaren Spiegel. Ich möchte, dass in Zukunft bitte alle Paletten von Urban Decay, wie gesagt, so sind. Oder alternativ so. Denn ich habe jetzt schon so oft darüber geredet. Die Urban Decay Born to Run Palette ist mit der Mrs. Bella Darkset Palette die Palette, die ich immer mit auf Reisen nehme. Eine von beiden habe ich eigentlich immer mit, wenn ich dann eine mitnehme. Also ja, weil hiermit habe ich alles. Diese Palette ist so gut und bin im Zweifelsfall für jeden Look gewappnet. Das hier ist der Wahnsinn und absolute Empfehlung. Meine Kamera übersetzt die ganze Zeit. Okay, wir müssen ein bisschen Speedrunde. Dann haben wir hier von Zoeva eine Palette. Auch Basic-Töne. Hängt auch nicht so viel Emotion dran. War sehr, sehr gut. Aber ich habe jetzt so viele Neutral Paletten behalten, dann darf die hier jemand anderen glücklich machen, wo ich mir sicher bin, dass sie das auch wird. BH Cosmetics Festival Palette ist gut. Gibt es die noch? Oder war das eine Kollektion? Bin ich mir nicht sicher, behalte ich erstmal. Kommen wir zu Juvia's Place. Und Juvia's Place macht wirklich richtig gute Lidschatten auch. Ähm. Ich habe vier. Ich muss zwei wegtun. Wir haben hier einmal diese hier. Das ist die Sahara. Die darf an jemand anderes. Und die hier. Darf auch an, oder? Moment. Äh, schwer. Decisions. Ähm. Ha. Scheiße. Coming in shine. Drop it like it's hot. Coming in shine. Ähm. Die hier ist noch neuer, die gebe ich weg. Die beiden behalte ich. Obwohl. Oh, hier sind so schöne Töne drin, aber mich stört die Größe. Das sind 16 Töne und das ist so groß, fast wie die hier, wo 42 Töne drin sind. Und das halt, sowas stört mich. Kommen wir zu einer meiner absoluten Lieblingspaletten. Ich glaube, die wäre auf Platz 3 mit Mrs. Bella Darkseid und, ähm, die Kay, äh, Born to Run. Und zwar ist das die Jaclyn Hill X Morphe Palette. Ich liebe diese Palette. Ich liebe Jaclyn Hill. Sie hat jetzt gerade announced, dass sie mit ihrer Brand rauskommt, wenn ich das hier filme. Ich habe gestern Abend das Video geschaut. Ein Intuit, 20 Nude-Töne, everything. Ähm. Ich liebe Jaclyn. Und ich werde sie immer supporten. Und, äh, an dieser Palette hängen wir echt Herz. Genau dasselbe auch für Jaclyn Hill's Vault Collection. Das behalte ich auch. Dann haben wir hier noch einmal Colourpop Highlighter. Ähm. Gebe ich auch an jemand anderes weg. Freut sich bestimmt jemand drüber, auch wenn wir eigentlich nur über Lidschatten heute reden. Und dann haben wir noch James Charles. Die bleibt auch, auch wenn Scandal und No Tee No Shade. Ähm. Dann haben wir noch die Dare to Create. Doch, die bleibt auch. Die finde ich schön. Da bin ich mir zwar noch nicht sicher, ob und wie oft ich sie wieder benutze, aber die ist super schön. Doch, die bleibt auch. Und last but not least, äh, zweimal Beauty Bay. Einmal die Going Out Out Palette mit super vielen Schimmertönen. Die meinte ich extrem gerne. Die behalte ich auch erstmal noch. Und die hier behalte ich auf jeden Fall. Das ist eine absolute Kaufempfehlung für jemanden, der gerne kreative Looks macht. Hier habt ihr 42 matte, intensive, bunte Töne drin. Und die Qualität der Lidschatten ist bombe. Und sehr, sehr günstig. Ich glaube, die liegt bei 25 Euro für 42 Töne. Also wie Urban Decay, sag ich schon. Wie Beauty Bay das geschafft hat, weiß ich nicht. Ist der Wahnsinn. Also absolute Kaufempfehlung. Nicht so praktisch für unterwegs, wegen der Größe. Aber wenn ihr zu Hause mit Make-up gerne experimentiert, holen. Und last but not least, eine Palette von Morphe. Und zwar ist es die 39B, äh, 35B Palette. Das war der Vorgänger, in Anführungszeichen, zur James Charles Palette. Und ich habe die bestellt, weil ich die halt haben wollte. Und dann wurde announced, dass es die halt nicht mehr geben wird, dass die aus dem Sortiment genommen wird. Und ich habe jetzt ja, sag ich mal, Alternative, die ich halt empfehlen kann. Und die ihr im Zweifelsfall auch nachkaufen könnt. Die von Beauty Bay und die James Charles Palette. Deswegen, wenn ich die jetzt empfehle und für gut befinde, macht es eh keinen Sinn wieder. Weil, ja, ich habe eine andere, die ich besser empfehlen kann. Und die gibt es nicht mehr. Deswegen hoffe ich auch hiermit, dass ich damit jemandem eine Freude machen kann, ähm, der sie benutzen wird, der kreative Looks auf Instagram schminkt. Weil hiermit seid ihr wirklich für alle Situationen ausgestattet. Und ich hoffe, dass ihr hiermit richtig zaubern werdet. Tata, tata, tata. Und das sind alle Paletten, die ich heute aussortiert habe. Ich war richtig produktiv. Hätte ich niemals mit gerechnet. Es ist mir am Anfang so schwer gefallen. Aber jetzt bin ich richtig, richtig stolz auf mich. Aber ja, dann wäre es das auch mit dem heutigen Video wieder. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Falls es der Fall ist und ihr es noch nicht am Anfang des Videos getan habt, lasst mir definitiv ein Daumen nach oben da. Vergesst nicht, beim MappyFull vorbeizuschauen. Und denkt an meinen 10% Rabattcode JOLINA10. Alle Infos dazu sind für euch noch mal in der Infobox. Und ja, dann wäre das alles für heute. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal hoffentlich wieder. Bis dahin, Instagram, Twitter, Snapchat ist alles für euch verlinkt. Und ja, dann wünsche ich euch einen wundervollen Tag. Fühlt euch ganz, ganz da gedrückt und geknutscht. Habt einen schönen Tag. Das war doppelt gemoppelt. Wow. Ciao. Vielen Dank.